Hallo! Ja! Herzlich Willkommen bei Links 4 Tod 2! Äh, äh, ich kann Waffe nicht nehmen. Bei der dritten Kampagne, äh, doch, dritte, ne? Dritte, ne? Ja, dritte Kampagne. Die dritte Kampagne von Fairt for Left. So, lass uns gehen. Rides to dash. Ja. Vor. Rides to dash. Rides to dash. Hör auf damit. Lade nach! Lade nach übrigens, Lade. Ich hab mal nachgeladen. Uah. Aber echt mal. Agro. Agro heißt, das fährt bei... Ach, das ist Agro, ja, ne? Er? Wer ist das mit dem jetzt? Shadow of the Colossus. Das fährt auch Agro. Echt? Ja. Toll. Ich, ne? Konntest Nerd wissen, eingeflochten hier. Äh. Ja, ja, wir sehen, aber... Oh, Boomer! Ja. Lade nach! Wieso findet er mich immer? Lade nach! Lade nach! Ich lade mal nach! Lade nach! Ah, du auch! Okay, stopp! Ja! Lade mal nach! Lade 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 nach! Der aufgeweckte Zuschauer wird natürlich entdeckt haben, dass wir natürlich nur ganz normale Sachen von uns geben. Oh, wir laden nach. Die lade nach. Wir laden da nach. Das war jetzt von unnütz. Lade nach. Das war wichtig. Heißt die Latanta gefüllt. Okay. Lade nach. Lade nach. Oh, ich monitor. Lade nach. Lade nach. Also hab schon. Lunte brennt. Lade nach. Was? Liebe Zuschauer, das ist bestimmt ein Running Gag. Es ist ein Running Gag. Bitte denken Sie sich nicht dabei. Wenn Sie dieses Spiel spielen, könnten Sie öfters nachladen. Aber schön laut bitte. Oh nein, wir haben keine Proben genommen, sondern es ist nur Donnerstag. Es ist einfach nur Donnerstag. Donnerstag, ja. Donnerstag, ja. Donnerstag, ja. Lade nach. Lade nach. Oh, Party. Unsere Portion Alkohol haben wir noch nicht bekommen. Die können wir sicher brauchen. Pillen. Bitte. Kaputt. Wo ist die Party hier überhaupt? Soll, umtritts Munition. Bus-Punition. Bus-Punition. Der Luis, der macht ja irgendwie Party alleine. Warte mal, ich bin schon immer eben. Luis, komm. Put, put, put. Luis. Luis, komm. Komm. Komm, hier geht's lang. Hä? Komm. Alter, ich will Luis ansprechen. Passt auf. Luis. Lue, bin hinter dir. Nicht schlecht. Da drüben. Schnell durch. Ich folge dir. Hm. Gehen wir. Der kommt hier noch, oder? Ich bin nur hinter dir. Der war es mit, äh, was du hörst? Micha meinte gerade erst mal den TS zu verlassen. Ah, okay. Dann sollen wir hier mal spontan Pause machen. Meint sie jetzt schon? Nach, äh, vier Minuten? Ja, bis er da ist. Wo ist der denn? Da. Es ist, es ist voll schön. Oh, da ist er. Ja, es ist super. Da ist er. Yeah. Yeah. Micha ist wieder da. Yeah. Micha ist da. Yeah. 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 Und alle so. Yeah. Mein Internet ist voll voll. Ich liebe es. Immer dann, wenn ich zocken will. Dann musst du mal den Internet sagen, lade nach. Bist du wieder da? Oh, warte mal. Oh, es läuft Werbung. Ganz laut. Alter. Oh, ich habe auch. Ich habe auch. Oh, 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 aua. Werbung. Ich habe Rohrbombe. Lade nach. Lade nach. Falls ihr nicht gehört habt, wollen wir nicht weitergehen. So, jetzt kann ich wieder hören. Es lief gerade die Werbung, die ich eigentlich weggeklickt habe, lief jetzt in voller Lautstärke und es war super. Ah, säure. Scheiße. Shit. Geh weg. Das tat weh. Das tat weh, okay. Oh, nein, das tat weh. Oh, weh. Lade nach. Nimm das Verbandschall. Was? Schön. Deck mich. Oh. 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 Ah. Ah. Oh. Francis, halt mich. Ich war doch früher Francis, oder nicht? Egal. Was? Luis. Oh, Francis. Ja, warst du. Warst du? Aber komm mal mit klar, Micha. Voll gut, ja? Okay. Komm mal voll mit klar. Ab in den Schutzraum. Winter ist voll super. Geht gut. Ich schau's alle Mann hier rein. Geht klar bei mir. Ja, komm, wir machen einfach einen Hunter. Ja. Ja. Und gut ist. Ja. Du hast die Folge schon geschafft hier. Ja. Ja, Hammer. Wo steht die Zeit? Da oben steht die Zeit. Sieben Minuten. Neuer Rekord. Wow. Inklusive Internetabbruch. Yeah. Wow. Ohne mich hat sie viel doch besser als mit. Danke. So. Päuschen, ne? Jo. Jo. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.